Der Bauer und die Bäuerin und der Buhr, der Ernstl, sitzen in der Stuben und stellen fest, die Eckbank, ach, der ist ja ganz schirch und schäbig, sie brauchen unbedingt eine neue, da hilft nix, wir sind in die Stadt vorhin, der Bauer und die Bauerin eine neue Eckbank besorgen. Und der Bauer richtet den Traktor her und hängt den Anhänger an und die Bauerin sagt, es ist recht kalt, setzt ein Hauben auf und der findet die Hauben auf die Schnelle und sagt, nehm halt den von Buhrm, der bleibt eh daheim. Und dann vorn sind die große Stadt, Güssing und richtig sehnst du bald einmal ein schönes Gebäude, wo draufsteht, bang. Und der Bauer packt den Traktor ein und sie gingen ein und die Bauerin sagt zu der jungen, hübschen Dame, die da drinsteht, das glaubt, wir hätten gerne eine neue Eckbank. Und die Schalterbeamte schaut in die Augen und sagt, ist das in der Ernst? Na, das ist der Chor, der hat nur einen Ernst sein Hauben auf.